Das ist die Firma Rente Demo GmbH. Die Firma Rente Demo GmbH handelt mit Bildmaterial von Demonstrationen für Nachrichtenagenturen, Presseleute und Gewerkschaften. Das ist Frau Zimmer, Geschäftsführerin der Rente Demo GmbH. Vor drei Jahren gegründet zählt das Unternehmen heute zu den wichtigsten Zulieferern der Medienlandschaft. Nun, ich dachte damals, wenn ein Herr Pocher sich selbst verleiht und das erfolgreich ist, dann ist auf jeden Fall Geld damit zu verdienen. Und man bedenke, das Verleihgewerbe ist so alt wie die Menschheit selbst. Angefangen von afrikanischen Sklaven, Zeitarbeitsfirmen, Mietwegen, Hausaufgaben in der Schule. Aber wir, wir vermieten was wirklich Wichtiges. Demonstranten. Und weg auf zu etwas. Ärzte zum Beispiel. Sehen Sie, wie viel einfacher ist es heutzutage, wenn Sie Ihren Standpunkt vertreten wollen oder den anderen etwas mitteilen möchten, das von jemand anderem erledigen zu lassen. Bedenken Sie die Zeitersparnis. Wer hat heutzutage denn noch Zeit zwischen all den Statusupdates von Facebook noch für Demonstrationen? Was läge da näher, als einen Demonstranten zu leihen? Kleinen Moment bitte. Frau Zimmer hat den Zeitgeist ihrer Kunden erkannt und bietet von der Großdemo im Stil von Stuttgart 21 bis hin zum kleinen Gedenkmarsch alles an, was eine medienwirksame Demonstration braucht. Für Kunden, die die Kosten möglichst gering halten wollen, hat die Rente Demo GmbH ihr Angebot seit kurzem um einige Indoor-Kräfte erweitert. Hier sehen Sie einen Aufbau, wie wir ihn bei unseren Indoor-Kräften benutzen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten gegen Tierversuche demonstrieren oder gegen die Atomkraft. Und in einer halben Stunde ist schon Ihr Abgabetermin. Im Ernst. So schnell bekommen Sie Ihre Person nicht zusammen. Dafür sind wir da. Wir verleihen Sie. Wir nehmen unsere Mitarbeiter beim Demonstrieren auf und kopieren sie anschließend auf das zu demonstrierende Objekt. Sie kennen das meistens aus Fernsehinterviews mit Politikern oder Ähnlichem. Anschließend daran digitalisieren wir dann die Streikparolen, je nach Kundenwunsch. Das spart auf jeden Fall Zeit und Geld. Rente Demo Eine neue Geschäftsidee, die bereits jetzt zeigt, dass auch der im Jahr 2011 wieder erstarkte kleine Mann von der Straße in der Zukunft seinem Anliegen Gehör verschaffen kann. Wie sich dieses Demonstrieren 2.0 weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Wie sich dieses Demonstrieren 2.0 weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten.